. 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 Unabelt zu cope with the real world, so they say. But surely there must be more to hackers than just some introvert nurse, cracking system and wiping out private files for fun and fortune. But who are they? What do they want? Is it possible to hack into the hackers world? We start in Berlin. Tim calls himself a discordant evangelist. He is an important member of Chaos Computer Club, founded back in 1981, the first of its kind in Germany. Chaos Computer Club achieved international fame when they announced to the world that they had succeeded in hacking into Deutsche Bank and NASA to expose gaps in their security systems. Kaum etwas, was ich tue, tue ich ohne Computer. Ohne dass ich dasselbe als eine Beschränkung empfinde. Ich empfinde das eher als einen Bonus. Mein Rechner ist tatsächlich etwas, was mir irgendwie eine gewisse Freiheit gegeben hat und was ich genauso akzeptiere wie Leute, die irgendwie sagen, ihr Auto oder irgendwie die Möglichkeit Schuhe zu tragen hat, ihnen irgendwie eine gewisse Freiheit gegeben oder Medikamente einzunehmen oder all diese anderen Errungenschaften irgendwie der Neuzeit, die sich halt mittlerweile als Selbstverständlichkeit gezeigt haben. Also wenn man irgendwie äußert, dass man sich als Hacker versteht, kommen dann Leute gleich schnell mit irgendwie ja und kannst du nicht mal irgendwie auch mal einen Kontostand so ein bisschen irgendwie bearbeiten und das müsste doch alles ganz einfach gehen und so. Ja, weil ich irgendwie so, gehen tut es schon, aber bestimmt nicht so einfach, wie du dir das vorstellst und schon gar nicht irgendwie out of the box und auch schon gar nicht überall. Sondern das hat auch immer viel mit Zufällen und anderen Dingen zu tun und eigentlich ist das auch alles gar nicht so interessant. Also dieses typische Kontobeispiel. Das ist bestimmt nicht der klassische Hacker-Computer irgendwie, den man hier sieht. So, weil das ist irgendwie einfach modernes, moderner Macintosh mit irgendwie einem Schnickschnack. Aber ein Hacker-Computer sieht halt meistens so aus. Vor allem irgendwie grün auf schwarz und zunächst einmal nur Zeichen. Computer sind irgendwie so der Inbegriff des Komplexen, Inbegriff des schwer zu Verstehenden. Irgendwie eine eigene Welt, die so vielfältig ist, dass sie sich einfach dem normalen Interessierten einfach wenig erschließt. Das ist sicherlich auch teilweise so, aber das gilt auch für andere Dinge wie Kernkraft genauso. Und die Wahrheit von Computern ist ja, das ist total einfach. Das ist gar nicht kompliziert. Das ist zwar dann komplex, aber es ist nicht im eigentlichen Sinne kompliziert, weil es basiert auf sehr, 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 sehr grundlegenden Dingen. Nämlich eigentlich nur, wir haben da Informationen, die speichern wir irgendwie, wir brauchen nur eine 0 und eine 1, um sie zu speichern und dann können wir das irgendwie automatisieren. Die meisten Hacker, die sich eben auch bewusst als solche bezeichnen, verbinden damit halt sowohl ein gewisses soziales System, dem sie sich selber angehörig fühlen, ein gewisses Eigenfunktionieren, basierend auf Neugier und dem Nichtakzeptieren von vorgegebenen Strukturen. Und daraus ausgehend natürlich dann auch ein gewisses politisches, vor allem auch gesellschaftspolitisches Verständnis. The fourth annual Hackers Meeting in Italy takes place in Catania, Sicily, one of the poorest regions in Europe. The infrastructure is bad und die Internet hat gerade gewonnen. Catania ist ziemlich außergewöhnlich für die resten der Italien. Es war auch schön, dass man sich physisch zu machen, zumindest einmal in der Jahr, in einem Ort, in einem Ort, in dem die Leute, die Leute zu移ern, um sich zu移ern, um die anderen zu erreichen. Es ist auch ein gestor, wie gesagt, bei der Gemeinschaft. der Gemeinschaft. This year, L'AURO, ein Centro Sociale Occupato in Catania, ist unter Sgombro. In dem Sinne, dass es ein Centro Sociale Occupato ist, dass sie heute noch nicht mehr haben, dass sie schnell gehen bis zum nächsten Mal. Und dann hat es einen Tag, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, dass sie sich nicht mehr die Einnahmen sichererdecken können. Und ich muss sagen, dass die Wahrheit heute immer noch zwei Tage lang ist, das nur noch nicht ganz sicher ist. Vielen Dank. Hier im Norden ist eine andere Situation, weil es nicht noch eine Bildung der Informatik gibt, wie es zum Norden ist. Du bist vollständig zottopagiert und der Arbeit, die ich nicht verstehe. Hier in Catania ist die Situation, dass viele Menschen nicht ein Computer können, insbesondere die Immigranten, die Extracomunitäre. So viele Menschen kommen hier und fragen sich ein Account für eine Poste Elettronische, oder, wie in einem unseren Nutzen, für eine Ausbildung, für eine Ausbildung. Aber die Kommissionen hat eine Intenzierung von hier. In irgendein Weise. Probieren wir eine Beschreibung des Mondes des Eckers ist ein bisschen schwierig, denn es ist wirklich variabend. Es gibt viele Menschen, die in dieser Kategorie kommen. Ich mag sie definieren, wie eine Kategorie von Curiose zu der Technologie. Also, eine Person, die sich die Radio montieren, die in ein bestimmtes Art und eine Studierende, oder auch eine Studierende, die sich die Bücher anschauen, und dann in der Videobeschreibung, in der Videobeschreibung, in der Videobeschreibung, in der Videobeschreibung. Es betrifft von der Technologie, die man macht. Im Meeting werden viele Menschen mit ihren Computer, die Leute, die in der Videobeschreibung, die versuchen, zu spüren. Das bedeutet, zu spüren Informationen, zu schreiben, zu schreiben, zu kennen, auch zu kennen die anderen Menschen, die in der Videobeschreibung. Viele Menschen sind nur in der Videobeschreibung. Im Meeting sind auch ein viele professionisten. Das sind diejenigen, die die Medien alscheinierungen, die Menschen, die die Menschen, die die Menschen, die italienischen Netzwerken, die von der Videobeschreibung gegen die Einrichtung, und informatische. Ich denke, dass die Leute denken, dass wir diesen Meeting haben, dass wir hier versuchen, zu retten und zu retten, um ein Netz-Strike gegen den G8 zu machen, während wir eigentlich nicht die Verbindung zwischen dem Externen. Wie können wir eine Sache machen? Es gibt keine Zeit, wenn man einen Artikel hat, über Terroristen Islamisten, Hackers, Pazis, Nudistis, Ciclistis... Alle sind alles! Die Situation ist diese. Wir haben ein boikottage incredulier, wenn wir, von der anderen Seite, wir sehen, über Artikel von Marco Comstoli, auf Pogliese, die gegen uns schiefen, um nichts zu tun, denn niemand kommt hier zu sehen, die unsere Internet-Informatik, oder das, was wir machen. Ein paar Jahre später, haben wir ein Stück gesagt, dass wir uns gesehen haben, in Catania, um zu verabschiedern, um zu verabschiedern, gegen den G8 zu verabschiedern. Das ist so. 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 Es ist ein Journalist, vor dem einen Journalisten zu schreiben, zu verifizieren. Punkt. Eine der wichtigsten Teil des Hacker ist die wichtigsten und der Recht für alle Menschen, die sich auf die Hand zu nutzen. Manifizare, manipulare, modificare e avere libero accesso a tutti gli strumenti che possono aiutare a comprendere il mondo o aiutare a cambiarlo, a migliorarlo, a modificarlo. È per questo che gli eventi come l'Hack Meeting non sono soltanto per addetti ai lavori, cioè sono per persone che stanno lì 24 ore al giorno a smanettare, non sono solo per questo tipo di hackers, ma anzi sono fortemente aperti a tutti coloro che vogliono acquisire quegli strumenti per poter fare le proprie libere scelte, vogliono capire come funzionano. www.meschinen.de Dass es nicht nur so ein reiner Selbstzweck ist, sondern dass man damit auch echt schöne Sachen machen kann. You can create art and beauty with a computer. Das ist heute nichts mehr, was man irgendwie noch groß untermauern muss, diese Feststellung. Das ist mittlerweile jedem eingeleuchtet. Das war aber so Ende der 50er Jahre, in den 60er Jahren, keinerwegs eine Verständlichkeit. Ich meine, das war so eine Zeit, wo irgendwie große Firmen wie IBM irgendwie mal darüber nachgedacht haben, wie viele Computer diese Welt denn wohl bräuchte. Und dann haben sie darüber nachgedacht, dann haben sie darüber nachgedacht und dann sind sie irgendwann auf die Lösung gekommen und meinten, es wären wohl vier. Und daran sieht man halt auch, wie engstirnig eigentlich die Sichtweise auch auf die Auswirkung dieser Maschinen, auf die Gesellschaft noch war. Und dann kamen halt einfach die Leute, die sich spielerisch damit auseinandergesetzt haben und die ganz andere Schlussfolgerungen daraus gezogen haben aus ihrem Treiben. So, dass eben der Computer auch eine persönliche Befreiungsmaschine sein kann. Also für mich persönlich bestand eigentlich die Befreiung darin, also zunächst einmal war es das, eine Befreiung, weil ich einfach auf einmal etwas hatte, in dem ich einfach alle Regeln selber definieren konnte. Das war einfach meine Welt, konnte ich mir komplett selber machen. Und dann dieses, selber Gott spielen zu können, selber einfach der Meister zu sein in diesem selbstgewobenen Geflecht, das ist ein großer Reiz. Eigentlich laufe ich ja die ganze Zeit mit 10.000 Menschen unter dem Arm durch die Gegend und benutze ihre Werkzeuge, um das zu machen, was ich mache, um daraus neue Werkzeuge zu bauen, die vielleicht auch andere Leute benutzen. Und das ist das Lebendige an der Sache und deswegen will man auch Spaß haben. Und es ist auch ganz wichtig, dass man da irgendwie spaßorientiert arbeitet, weil sonst kommt man da gar nicht vorwärts, weil man nicht irgendwie den Dingen nachgeht, die einem Spaß machen. Na Gott, wo landet man denn dann? Dann landet man vielleicht bei, keine Ahnung, bei Microsoft wahrscheinlich. Also T-Shirts sind richtig wichtig. Die Hacker lieben T-Shirts, weil T-Shirts kommunizieren mit Symbolen. Das geht zurück zu 1995, wo Karls Computer Club war an der Seabit, weil Bill Gates war auch da, zu zeigen, dass Windows 95 sein neues System ist. Und natürlich, niemand mag ihn, und er war, dass Windows 95, der Karls Computer Club hat eine große Banner, mit Alt plus F4. Und, well, die Sicherheit war ziemlich verwirrt, weil ich nicht wirklich wusste, was zu tun war. Aber es war eine klare Statement. Und seitdem ist es nur, well, eines der größten T-Shirts. Viel Spaß. Am Gerät. Man muss nicht so viel reden. Das Reden, diese soziale Interaktion, das haut halt manchmal nicht so hin. Dann versteckt man sich lieber hinter seinem T-Shirt und bringt damit irgendwie auch seinen Humor zum Ausdruck. Das ist sozusagen eine klassische Fehlermeldung. Der Original-IBM-Personalcomputer, also der Vorläufer aller PCs heute irgendwie. Es muss halt immer irgendwie zwei Witze in einem sein. Es muss irgendwie was Bekanntes sein, was dann irgendwie ein bisschen anders ist. Oder wo der Witz halt einfach irgendwie anders rüberkommt. We are the nerds. Das ist das alte Logo der Firma Digital. Kann auch ohne Drogen keinen Spaß haben. Das war recht populär letztes Jahr. Got you, baby. Das ist eigentlich fast mein Lieblings-T-Shirt. Tja, kann man sowas, sollte man sowas überhaupt erklären. Jeder Programmierer weiß sofort irgendwie, das was halt irgendwie zwischen diesen Klammern steht. Irgendwie das ist halt ein Kommentar. Der Fnort. Was ist der Fnort? Was ist Fnort? Fnort ist verdampfter Kräutertee ohne die Kräuter. Fnort ist ein wirklich, wirklich hoher Berg. Fnort ist der Ort, wohin die Socken nach der Wäsche verschwinden. Fnort ist das Gerät der Zahnärzte für schwierige Patienten. Fnort ist der Eimer, wo die unbenutzten Serifen von Helvetica lagern. Fnort ist das Echo der Stille. Fnort ist Pac-Man ohne die Punkte. Fnort ist eine Reihe von nervigen elektronischen Nachrichten. Fnort ist das Yin ohne das Yang. Fnort ist die Verkaufssteuer auf die Fröhlichkeit. Fnort ist die Seriennummer auf deiner Cornflakes-Packung. Fnort ist die Quelle aller Null-Bits in deinem Computer. Fnort ist, wenn du nachts an der roten Ampel stehst. Fnort ist die Angst und die Erleichterung und ist die Angst. Fnort schläft nie. Fnort ist die Verkaufssteuer. Fnort ist die Verkaufssteuer. Fnort ist die Verkaufssteuer. Fnort ist die Verkaufssteuer. 당 nearly 10 fern. The Internet is everywhere in the U.S., home to 60% of the world's net users. Ricardo Dominguez is the founder of Theater of Electronic Disturbance. He lives in New York. In 1998, Ricardo declared a one-man war against the Mexican government in solidarity with the Zapatista movement. Recently, his theater performed several high-profile hacks against corporate sites, national and international institutions, such as the National Security Agency, the Frankfurt Stock Exchange, and Starbucks, earning the attention of the Pentagon and the FBI. When I first came to the city, I didn't have any money at all. Basically, from about 91 to 96, I trained myself over at The Thing, bbs.thing.net, in terms of what ISPs were, how the infrastructure worked. I had the theory of electronic civil disobedience, and, you know, I would work at Kim's video store. I would, you know, eat on $2 a day, all the usual difficulties of living in the city, because I really didn't have any kind of poor profession. But when the 96, the boom came, right, the dot-com boom, and I had done a lot of work in early streaming media. One of my first major pieces was the support action at MIT in 96, which was using early real video. In those days, it was called progressive networks, progressive video and audio. So I became intimate with this, and one of the big vanities or mythologies of the market for CEOs, especially, was broadband. Especially 96 to 99, broadband was an impossibility. But I knew how to play on these kind of mythologies and impossibilities, and CEOs needed broadband as a vanity. I mean, you know, I have a little broadband initiative. So I would develop for them the first templates of what broadband initiatives would mean, cost, and I made enough money to survive more money than I had ever made. I mean, it wasn't certainly the kind of money that you hear about, but certainly more than I have ever made. And at the end of 2000, when, of course, the bust had come and CEOs could no longer have vanities, I gave myself a small grant to survive for a year, because I was going to focus on the book, and if I kept my living expenses, you know, down to, you know, $45 a day or whatever, I would survive quite well. It all kind of worked out. I mean, at the end of this year, Aquí, aquí está bien, aquí si volteas detrás de este carro. Muchas gracias. At the end of this year, ¿Cuánto va a ser? $5 pesos. Muchas gracias. Qué buen día. Sí, sí. Adiós. Por nada. So, you know, basically at the end of this year, you have to go back to work, and I guess find a new mythology, wireless technologies, embedded technology, become a WAP expert, you know, wireless application technologies, and then just get my ass back to work. And, you know, like any activist or artist, I mean, you're not making money off these things. I mean, you know, during the 98 war, I would work at some company for, I don't know, 12 hours a day, then I'd come home, do another 12 hours of work, and then, you know, you'd just be quite fried and burned down. So, here we are. So, that makes sense in terms of the whole outcome. I lived in Tallahassee, Florida for 10 years. That's where Critical Art Ensemble was born, and I worked in a lesbian bookstore for 10 years. So, I knew books, and, uh... Hello, hello? Hello. Hello. Yeah, so I knew books, so I would steal them and sell them. You want me to get online? And... I'm going to show you some of this material. Keys. So, this is the thing, I mean, without the thing, bbs.thing.net, the type of practice that emerged out of my reading of digital sapatism or an electronic civil disobedience would not have occurred, because you really need autonomous infrastructure. You need some...a group who will defend, um, the right to experiment in this way. Uh, and, you know, basically the site contains, uh, a series of informations, actions that are going on. Uh, the original Toy War, Toy War probably being one of the most famous of the online actions that occurred at the end of 99. And, uh, essentially what happened was that, uh, Toy, eToys, with an S, dot com, a huge billion-dollar, uh, virtual company, attacked a very famous net art group called eToy.com. And eToys.com, in the big bubble of billion-dollar, 99 economy, because you have to remember, international hacktivism emerged at the same time as the huge boom of 99, right? So, uh, uh, of course, uh, eToys.com, the huge company, had no idea that we were tactically a savvy community. We declared war against eToys, RT-Mark, The Thing, uh, uh, Hell, everybody attacked, uh, eToys, and we promised to destroy that community. We had, um, uh, silos all over the planet, you know, uh, doing this action. And, uh, when we did the action, uh, FBI, uh, attacked The Thing, Thing.net, and they shut us down for 13 hours. And, of course, we had sites everywhere, so it didn't really matter. Uh, and basically from the 12 days of action, uh, their stocks were at 87. By the end of the 12 days, it was down to $12. Uh, by January 15th, uh, of 2000, eToys, the big company, relented. They gave eToys.com back their domain. They promised never to bother anybody again. Uh, and they paid all the court costs that they went through, and now eToys.com is dead. And I think what's important about the toy war is that, uh, while electronic civil disobedience is symbolically useful against, say, uh, the Pentagon or President Sadio's website, it doesn't affect their tanks, doesn't affect their guns, doesn't affect the center of power. But when you're dealing with companies who are virtual, that is, they only exist on a virtual plane, we see that electronic civil disobedience will leverage a much more powerful, uh, efficacy and efficiency, um, because it's, it's really the electronic, a contra, the electronic. Tim and the Chaos Computer Club are preparing this year's attention grappler for the biannual Hackers' Convention, the biggest of its kind in Europe. More than 2,500 hackers from all over the world will gather in the outskirts of Enskedin and the Netherlands. So, if you're doing this, you can't take your hands off, you can't take your hands off, so that you can't take your hands off, so that you can't take your hands off. Yeah. It's wonderful. Langsam, langsam. Ich ziehe ihn einfach raus, sobald er oben ist, und stell ihn da hin, und dann schmeide ihn drauf. Okay? Okay. Alle an ihre Plätze. Moment, 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 Moment. Wenn nicht alle fertig sind, sind wirklich alle fertig. Ja, dann macht euch alle fertig. Sind jetzt alle fertig? Ja. Okay, 1, 2, 3. Okay. Okay. Wagen mit Schienen auf einer Mitpackung. Ganz langsam. Ein Stück zurück. Langsam runterlassen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und die muss man auch berücksichtigen. Und wenn wir immer mehr Technologie und immer mehr Kommunikation haben, dann ist einfach Privatsphäre etwas, was irgendwann nicht mehr in dem Maße vorhanden sein wird, wie wir das vielleicht noch kennen von vor 20 Jahren. Also das ist jetzt schon nicht mehr so. Aber das wird noch viel, 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 viel mehr sich ändern. Kameras sind so klein, Computer sind so klein. Und noch mal so klein hast du deine Funkantenne. Und du wirfst einfach das Teil irgendwo in den Busch. Und es filmt einfach alles mit einem Fischauge 360 Grad und dann überträgt es live irgendwo hin. Wirf irgendwie 100 von diesen Dingern hier über diese Wiese ab. Und du kannst einfach mal alles komplett jederzeit überwachen. Das ist vielleicht zunächst einmal nichts Problematisches, weil, wie sagt man immer so schön, mir kann ja nichts passieren, ich mache ja nichts. Aber wir wissen auch, was man mit einem einzigen Pressefoto Leuten unterstellen kann und wie viele Probleme man sie bringen kann. Aber mit solchem Material ist es halt noch viel schlimmer. Hier sind unsere Freunde von der Polizei. Die passen auf, dass hier nicht gehackt wird, wie sie meinen. Man kann ja auch ohne hacken Spaß haben. Was für ein Quatsch. Die haben leider noch nichts verstanden. Die haben leider noch nicht verstanden. Der erste Computer war ZX Spectrum, aber meine Mutter hat mich nicht benutzt, sie digitiert Load und mich macht es mit dem Spiel, aber ich wollte digitieren Load, vielleicht das ist das? Einmal mein Freund hat mir gesagt, dass es so ist. Er hat mir gesagt, dass ich ein Programmierer bin, weil meine Mutter hat mich nicht auf der ZX Spectrum. Pesante. Ma sai che la story è simile alla mia? Dai. Scusate se ti interrompo. No, no, no. Vieni al microfono. A me i miei nascondevano il computer quando ero piccolo. Allora, quando loro uscivano io lo andavo a prendere, ci programmavo come un pazzo per un'ora, un'ora e mezza, calcolavo il tempo che ci mettevano per tornare e poi lo rimettevo a posto. Per un anno, un anno e mezzo ho imparato così, sullo ZX81, il primo computer della mia storia. Beh, allora il computer che vedevo io nei film dei cartoni animati giapponesi era delle cose mostruose che comandavano ordini incredibili e che parlavano con le persone, avevano consapevolezza, per cui il primo programma che volevo scrivere sullo ZX81 con un K di RAM era una base dati immensa su tutto quello che io sapevo e trovavo sui libri. Però in un K con il registratore mi è venuto un po' complicato. Beh, quando ho visto che potevo fare grafica mi ha appassionato tantissimo, ma non grafica con i programmi, quella grafica in tempo reale, tipo questo, no? Già sognavo un po' di fare le cose in real time, oppure i giochetti, fare giochi. No, adesso faccio queste cose. Poi l'impegno politico era una cosa parallela. Se una persona scopre un algoritmo è assurdo che questa persona sia in grado poi di metterci un patent, un brevetto sopra e che tutti quelli che lo usino poi debbano pagarlo. Nel momento in cui esce una nuova tecnologia che dà più libertà e quindi permette un maggiore sviluppo e evoluzione a livello culturale, questa tecnologia viene subito bandita dagli interessi economici di corporazioni che hanno fatto soldi e denaro su modelli di distribuzione vecchia. I virus sono una bella cosa, io ne ho fatti un paio quando avevo 16 anni. Contribuisce a far migliorare il software, a che il software si migliori. È una trincea su cui bisogna portare avanti la battaglia e perché no? Più virus, va bene. Stop the program, website operator, and we're advised to install a software patch from Microsoft. The virus doesn't target home computers, just one goes after the professional-grade operating systems used by website operators. We have histories of the NSA, back, going back to 1988, setting off viruses. Because, I mean, it creates a need for national security. It creates a need for money from the government to go into this protection against electronic Pearl Harbor. So you have this very hard core history of these security companies using their tactics to gain profit. And they do it in collusion with Microsoft and all these sort of things. So it gives a way to create pressure on a very silly administration like the Bush administration to go, oh my god, you know, we better not only create a nuclear defense shield, but now we need to create a cyber defense shield. By creating these sort of doctrines of apocalypse, the internet is full of evil hackers, pornographers, satanists. I mean, every evil on earth is now floating electronically online. But at the same time, they're telling you in these commercials, it's utopia. There is no gender. There is no class. Everybody is going to resolve the problem. So basically capitalism creates a schizophrenia between apocalypse and utopia. Ricardo has invented a kit for aspiring hackers, simple steps that enable even a child to become a hacktivist, organizing virtual sit-ins and using the net as a direct political tool. What if we gave away the code? What if we developed a disturbance developer's kit, which would enable anyone in the world to do a virtual sit-in? And so we released it 20 minutes later. Queer Nation in L.A. did an action against GodHatesFags.com. Two weeks later, the International Liberation Army, Animal Liberation Army, did an action against two pharmaceutical sites in Switzerland. The pharmaceuticals became so frightened that they shut down their own networks. And then from then on, we saw the rise of different cells like the electro-hippies in the UK, Federation of Random Action in France, ST-11 in Australia. And we really began to see then the rise of international hacktivism. I mean, back at the end of the 80s, in Critical Art Ensemble, we said hackers will never be politicized. They can only be concerned about code, quo code, the politics of code. But by the end of the decade, in 2000, I spoke at H2K here at 2600, a very important hacker group, and at DEFCON out in Las Vegas. And we had sessions on hacktivism, on electronic civil disobedience. At the end of those presentations, you had 2600 hackers marching into the street against the Republicans in Philadelphia, getting their asses busted, talking to activists. We see the growth of a movement away from a digitally correct understanding of bandwidth above human rights. Alleluia! We are not estranged from the God of Jesus Christ! For it is the power of God and the salvation! To everyone that has been eaten! To every tomb, to every Gentile! Alleluia! Praise the Lord, everybody! Alleluia! Praise the Lord! Alleluia! Praise the Lord! Come on! Alleluia! Come on and lift up! Alleluia! Come on! Alleluia! Come on! And then, you see, it's a cold light, when you're crossing certain borders. It's not always just that that, where you are coming. Also, the data nets have also added a very new challenge. But in the end of every small detail, that it's kind of a speed that they have to blame. dass man wieder einen Schritt weitergekommen ist, dass man einfach noch mal tiefer hinter die Mauern geht. Und ich konnte davon halt auch gar nicht genug von bekommen. Man weiß gar nicht, wohin man marschiert. Da ist halt der Weg irgendwie das Ziel und es macht halt einfach Spaß, das selber herauszufinden. Und man stellt dann halt auch am Schluss immer fest, obwohl man eigentlich gar kein konkretes Ziel verfolgt hat, man kommt doch dann immer wieder irgendwo hin. Hackmode ist cool. Hackmode zu sein ist wirklich ein sehr psychedelisches Erlebnis. Wenn man erstmal vollständig in seine Maschine versunken ist und sich mit dem Thema aufgesogen hat und dann irgendwie auch komplett aufhört, sämtliche Reize von außen überhaupt noch wahrzunehmen, ist einfach wunderbar. Kann man irgendwie auf eine Stufe setzen mit irgendwie Drogenerlebnissen oder anderen besonderen mental prägenden Momenten. Und Hacker sind halt dann auch, zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie halt irgendwie auch jederzeit in der Lage sind, in diesen Modus irgendwie zu verfallen. Eigentlich bedarf es sozusagen nur einer Tastatur und irgendeinem Interesse, was in der Regel immer da ist. Und dann geht es auch schon los. Und dann tauchen diese Leute ab und irgendwie jeder Versuch, mit ihnen Kontakt aufzunehmen, schlägt dann halt meist erstmal fehl. Und wenn man sie dann auch herausreißt, sind sie dann irgendwie genauso konfus wie jemand, den man halt gerade irgendwie aus dem Schlaf geholt hat. Manchmal macht man auch einfach stundenlang gar nichts oder offensichtlich nichts. Oder man spielt nur herum und macht irgendwie was. Aber dann, nach acht Stunden, hat man auf einmal den Aha-Effekt und dann hat man halt irgendwie wieder was ganz Entscheidendes gefunden, was einen dann irgendwie nach vorne bringt und dann hackt man auf einmal wieder einen Wahnsinn auf die Tastatur ein und zwirbelt irgendwie den Kot runter und dann hat man wieder irgendwas geboren. Das weiß man ja vorher immer nicht. Also man nimmt das irgendwie nicht wahr irgendwie. Also das einzig Störende ist halt immer die Sonne irgendwie, the evil day star, der halt irgendwie dazu führt, dass man irgendwie seinen Bildschirm nicht lesen kann und einem immer auch irgendwie das Gefühl gibt, man müsste jetzt was anderes tun als vorm Computer sitzen, was halt total unangenehm ist. So diese Zwänge, die von außen kommen und einem immer irgendwas signalisieren wollen. Deswegen zieht man es halt auch vor, eigentlich in dunklen Räumen zu sein und da irgendwie sein Unwesen zu treiben. So Kellerräume, alles was irgendwie verdunkelt ist, das ist natürlich auf jeden Fall von Vorteil. Und man kann halt auch nur im Dunkeln und nachts programmieren. Also die Nacht ist der natürliche Verbündete des Hackers. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal. 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 In Suriname, it rains like this. Bis zum nächsten Mal. 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 behind the freedom of every person he was always the first to respect the opinion of other people completely independent of what this opinion might be so I think there's lots of stuff to learn from him not only to be friendly and probably even witty I mean you you've seen him you always had a screwdriver with him but you know why if you asked him why do you have a screwdriver he said well maybe I have to make a phone call I think there's lots lots of stuff to learn from I can't say that the book of the internet has over 2.000 awards where the most are really private in nature so everyone gives his thing to and people who sometimes even now have to stand up they're talking about people from Italy from all over the world who just can't because weil er eben zu vielen Leuten spezielle Kontakte unterhalten hat und einfach eine öffentliche Person war, sich irgendwie schon immer im Newsnet herumgetrieben hat, Mails produziert hat in einer Menge und Geschwindigkeit, dass einem die Schuhe auszog und er auch sich selber immer als öffentliche Person verstanden hat und schon immer wusste, dass er eines Tages mal aus dem Internet herausrecherchiert werden wird, wenn er dann nicht mehr in der Lage ist, selber zu schreiben. Und genau das findet halt jetzt statt. It's been raining on and off for three days, and HAL 2001 is drawing close to its conclusion, although earlier than scheduled. High-tech equipment and water is not an easy match. Endlich hat's auch gehört zu wicken. Wurde auch langsam Zeit. Heute, naja, heute hab ich mir vor allem irgendwie den Regen angeschaut und irgendwie festgestellt, dass wir heute nicht mehr besonders viel abbauen können. Ansonsten gar nicht so viel irgendwie so. Im Regen ist dann eine ganze Menge untergegangen und all die tollen Workshops, die ich mir dann doch noch anschauen wollte, sind natürlich wieder mal unbesucht geblieben. Na, morgen müssen wir erstmal alles einpacken. So, der Regen macht's gerade nicht besonders einfach, aber das werden wir schon hinkriegen irgendwie. Wir müssen halt alles zusammenbauen, alles in den Laster reinladen und dann zurückfahren. Irgendwann werden wir dann in Berlin ankommen. Und dann müssen wir alles noch durch Berlin durch die Gegend fahren. Irgendwann wird es Mitte der Woche sein und dann werden wir irgendwann total erschöpft in die Betten sinken und wissen, dass es großen Spaß gemacht hat. Das ist eine große, große, große Hände. Das ist eine große, große, große Hände. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020